Moin moin und herzlich willkommen zur achten Folge von The Forest. Komm her, bitte her. So far. Am besten wir jetzt, bevor das Ding despawnt. Heute mal. Peter, ist noch ein Baumstamm? Ja. Ja. Da ist noch ein Baumstamm. Echt jetzt? Ja. Wo denn? Da. Stehferkreis. Da ist noch ein Baumstamm. Da ist noch ein Baumstamm. Da ist noch ein Baumstamm. Da ist noch ein Baumstamm oder so gebracht. Jupp. Wir können schlafen und ich speihe voll nochmal. Schnell. Schnell. Ich drück. Oh, endlich mal wieder Tag. Ach. Kannst du deine Fleischstückchen denn aufhängen? Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich wär soweit. Warte, ich muss nochmal... Ich wär soweit. 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 Weißt, weißt du, wenn wir blaue Bären finden würden. Natürlich. Ich wär soweit. Denk an die Haie. Denk an die Haie. Denk an die Seile hier oben. Ich kann sowieso keine Seile hier oben. Ich wär soweit. 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 Vielen Dank. Oh, gleich. Hast du eine Errungenschaft gekriegt? Ja. Fünf-Sterne-Hotelhaut ist er raus. Hast du genügend Stöcker, um Lagerfeil zu machen? Brauche ich gar nicht. Ich muss kurz was essen. Okay, kann das gehen. So. Okay. 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 Vielen Dank. Gibt's hier was? Ich bin erst am Außenrand absuchen. Achso. Da ist einer, pass auf. Zwei. Ja, die haben wir ja, das sind nur zwei. Zwei. Ja. Ja. Sonst noch Fragen? Nopsa. Ja. 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 Nein, er liegt drauf. Ja, er liegt drauf. das war's womit ja hier oben ist doch so ein sandtügel den man sprengen kann ja da war nur was war da drin ein seil war da drin ach da ist die waffe stück von der waffe doch das war's mit der achten folge von the forest ich würde mich über ein like und ein abo freuen bis zum nächsten mal